Wir befinden uns im Bursa vor der Koran und Hadith Akademie um euch diese mal näher vorzustellen, den Unterricht, die Schüler, die Lehrer und zu welchem Zweck und Sinn das ganze Projekt ist. Das ist der Bruder Suleyman, er ist hier der stellvertretende Leiter der Koran und Hadith Akademie und er wird uns jetzt mal die ganze Schule etwas näher bringen. Es war schön, dass ihr gekommen seid. Ich werde euch jetzt mal durch die Schule führen, durch die Akademie führen. Einige Klassen werden wir besuchen. Wir haben zurzeit fünf Klassen, die wir unterrichten. Vier weibliche, eine männliche Klasse. Die männliche Klasse ist, wo wir den Koran auswendig lernen. Da kommt auch schon der Direktor inshallah, wir stellen ihn mal kurz vor. Das ist der Bruder Adem Yilmaz. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Herzlich willkommen, Brüder, in eurer Schule, Koran und Hadith Akademie. Barakallahu alaikum. Ich bin der Leiter von dieser Schule. Alhamdulillah, seit Ende 2013 unterrichten wir hier Koran und Hadith As-Sharif. Alhamdulillah, das Ziel ist von dieser Arbeit, von dieser Schule ist, dass wir Gelehrten, Koran-Gelehrten und gleichzeitig Koranschüler dienen. Dass wir denen leicht machen, wo wir Alhamdulillah diese Möglichkeit geben. Und deshalb dafür bedanken wir uns herzlich bei Ansar International, gerade bei Abdurrahman. Und natürlich das Wichtigste ist, dass wir uns bei Spenden bedanken. Die Brüder, die uns gespendet haben, dafür, dass wir hier weiterhin diese Unterricht unterrichten. Barakallahu alaikum. Wir bedanken uns herzlich. Wie gesagt, wir haben uns sehr gefreut, euch wieder hier zu sehen. Alhamdulillah. Brüder Süleyman, inshallah, kannst du die Klassen zeigen? Ja? Barakallahu alaikum. Inshallah gehen wir erstmal die erste Klasse besuchen. Das ist die Klasse, wo die den Koran auswendig lernen, inshallah. Kommt rein, inshallah. Hier sind Brüder aus verschiedenen Ländern. Hier haben wir Brüder aus Holland, aus Bosnien, aus Dagistan, aus Syrien. Und Alhamdulillah, die sind hier alle, um das gleiche Ziel zu verfolgen, und zwar den Koran auswendig zu lernen. Hier ist unser Cheikh, Cheikh Ahmed Ali. Der ist 23. Es kann sieben Leserarten aus dem Koran, Alhamdulillah. Und er lebt bei uns und unterrichtet uns. Alhamdulillah. Und hier ist der Bruder Ismail. Er ist aus Holland, wird uns, inshallah, kurz einiges aus dem Koran vorlesen. Tvaddil. Al-H backlash. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah